dann schauen wir uns mal weiter um so hier ist erstmal ein Turm dann müssen wir mal schauen wie wir da reinkommen aufs Toilette schon mal genau was kann man denn hier nutzen achso ein Kleider ja da haben wir auch Kleider aber erstmal guck mal hier ja aber damit machen wir sie ohne Spielkarte so lange was an sonst gibt es den Schneider na dann machen wir mal schauen was oben los ist oh wir haben sie jetzt mal repariert da haben wir aber zusammengewerkert da ein paar Drähte bisschen Kleber na dann schauen wir mal oh Licht an die Batterie Batterieeeen 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 Munition Batterieeeen Batterieeeen oh das sind aber ne Menge Batterien und ne Münze erste Hilfe kommen wir her springen können wir ja auch nun oh schöner Ausblick hier schön 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 ich mag die Atmosphäre manchmal muss man sich einfach die Zeit nehmen so dann darf ich mich zusammen machen schauen mal So, wollen wir uns mal ein bisschen umschauen. Geht auch direkt da den Weg hoch, ne? Was sagt denn die Karte eigentlich? Oh, wir können auch ranzoomen. Das ist ja angenehm. Bitte, hier müsste der Weg nach da oben sein, ne? Wir könnten ja mal ne Waffe ausbauen, ne? Hier, die Wehr zum Beispiel. Ah, wir haben unseren ersten Schuss ab ihn. Oh mein Gott. Der Arme. Vielleicht wäre er ja unbewesen, ne? Man weiß hier nicht so genau. Haben wir hier Birken? Ein paar Birkenbäumchens? Na gut. Wir könnten auch eigentlich wahlweise da hoch hin, ne? Na komm, wir gehen erst mal hoch. Da ist ne Hütte. Vielleicht ist das ein bisschen warm. Ach, schön, die durch den Schnee zu stampfen. Da ist eine. Geht euch am passen. Da ist ein paar Grüße. Ja. Da ist es ein bisschen hart, oder? Da ist es. von der anderen seite verschlossen soviel zu gehen mal hier gucken ich habe es wohl einen anderen weg habe ich mir gedacht ist der komische räuche wir könnten uns ja mal noch mal ein bisschen zu fahren bevor wir dazu wir könnten vielleicht unser können uns vielleicht mal ein heil ding hier da und gucken wir mal ein Stück noch mal davon jawohl nun dann es war kalt ich nie fiel und wir wussten nicht wohin aber das hat uns nicht weiter kümmern denn es gibt immer the woman's radio message came back to mind survivors carl would finally get some answers erst mal schauen wir uns hier schön um solange wir uns hierher zu kalt ein bisschen zwischen schnee stampfen Geh mal weg. Nur für den Fall der Fälle. Ich will nicht umleben, ne? Wenn ich nicht muss. Ah, wenn ich muss, ne? Wenn ich muss, dann muss. Nun dann. Was ist das denn da? Was eigentlich mit dem Wind hier? Man sieht aber auch kaum, Mann, 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 man, wird ja mal schweigen. Das ist ein großes Windes Nichts. Wieder so ein Kraut. Das hat man vielleicht mal ein bisschen doof achten, ne? Mal schauen. Ich hab da vorne irgendwo einen Weg nach Oma. Bei den Beeren. Guck mal, dass der Beer. Lieber Beer, lieber Beer. Ich will nur gucken, ob hier irgendwas ist. Weg nach oben oder so. Ich will nicht mehr. Ja, ja. Das ist schon mal wieder. Es ist so bitter kalt. Die Frage ist mund. Nach oben kommen wir ja hier oben. Oder können wir hier die Steinchen hochlaufen? Nein. Vielleicht auch ganz gut, bevor da noch ausrutscht und sich die Beinchen bricht. Bei der Wetterlage, Achtung Helle, dass ich die Beine breche, ist okay. Ja, guck die sehen. Da geht's auch wo hin. Können ja mal hier schauen. Hallo. Ist da jemand? Was sagt unsere Karte eigentlich dazu? Na guck mal hinten, hier ist bestimmt hoch. Hörtt. Uhuhu. Wo war da man denn hier? Oh, noch ne Axt, ja. Bei dem wär da eigentlich ne gute Idee, ja. Oh, das wird langsam ein bisschen frisch warm. Geht schon. пfitt hem jetzt vielleicht noch niecomber. Well, da geht's doch sowas, ja. Natürlich always wahrscheinlich we Pierces heute hier oben. Also castigernchenhaft Nickos ist ja nie immer待って j Baust dich. Ich habe hier in etwa noch den Trockenchen sozusagen. Hier ist es so Target cool. Ich habe hier ja auch mit E Allison-We tradierenVO gegen entspannen拥 patience, Ich habe hier ja auch mit geschaut. dass man für Ahalten brauch immer im April. diese das machen Duo dachte eigentlich nicht besser. Na, ich schätze mal, da müssen wir noch nie lang. Hätte ich für so eine nicht gute Idee. Diese Idee ist immer eher so ein bisschen semi-gut. Oh. Oh, die ganze Rolfsrugel, oder? Von denen halten wir uns mal überführen. Wir müssen die ja auch nie umbringen. Oh, die ja. Ich sehe halt einen Scheiß. Hallo, Wolfis. Ich hab' immer schön da hinten. Ich muss auch ein ganz drinkend mal ein bisschen wärmer. Oh, oh. Ist da eine Hütte in den Haus? Wenn ja, wie kommen wir da hinten? Oh, ein Zelt. Jetzt fällt die, oh. Oh, guck mal, hier den Narfer. Das ist toll. Na dann schauen wir mal, ob wir von hier aus da hinkommen. Was zur Hülle? Hopp! Hopp! Ich bin ja nie so zu interessieren. Aua! Oh nein! Hopp! Lauf, Junge! Ich hab' keine Ahnung wohin. Ich werd' ja zur Hütte laufen. Ah, Hilfe, Hilfe, Hilfe! Natürlich ist er verschlossen, ist ja klar. Hopp! Lass' mir in Ruhe! Warum hältst du kein Eingang? Warum ist sie zu? Ich hab' jetzt! Ich werd's da abhauen, halt gesagt. Nein! Oh Gott! Jetzt hinkern wir hier auf das! Oh, jetzt könnte ich gerne hier lesen, was da steht! Oh no! Oh no! Wo sind wir denn jetzt nicht? Verlauter Schreck! Oh! Oh no! Oh no! Der hütte einen mit ihm nur. Aber das hat ihm ja eigentlich auch... Boah, wird ja nicht interessiert. War auch... Äh, den anschießen oder ne? Ich hoffe, der ist jetzt weg. Ich schau' mal hier irgendwo mal. Hallo! Oh no! Wollen wir doch hier bei der Hütte mal angucken. Oh no! 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 Das kann nicht geöffnet werden! Nein! Lass uns rein , das ist kalt, Mann! Oh no! Und hier schlechten böse Monster durchschieben! Wo sind wir denn noch hin? Creme Beamblatt! Da jetzt auch noch irgendwo hin Wollen wir da eigentlich schon? Oder war das da? Wollen wir noch kurz hin? Wo geht's da denn hin? Wollen wir überhaupt lang? Schade Okay, da weiß ich schon mal nicht die Hütte wo wir eigentlich hinwollen Na gut Jetzt sind wir auf der Wegseite hin Oh guck mal hier können wir auch noch ein lauten Vielen Dank Vielen Dank.